Die Covid-19-Arbeitszeitverordnung erinnert einen an die Arbeitszeiten im 19. Jahrhundert. Es wird der 12-Stunden-Tag wieder möglich gemacht, ebenso die 60-Stunden-Woche. Die Ruhezeit wird von 11 auf 9 Stunden reduziert und die Arbeit an Sonn- und Feiertagen freigegeben. Das liest sich wie ein Gruselkabinett für jeden Arbeitsrechter. Die Vorschriften gelten allerdings nur befristet bis Ende Juli. Wirklich Gebrauch machen kann man von ihnen nur bis Ende Juni. Und außerdem steht im Gesetz drin, dass man von diesen Möglichkeiten der Ausdehnung der Arbeitszeit nur Gebrauch machen darf, wenn man nicht vorher hätte die Personalpolitik anders bestimmen können, zum Beispiel durch Neueinstellungen. Ob das in der Praxis eine große Rolle spielt, wage ich zu bezweifeln. Was aber auf alle Fälle bleibt, sind die Tarifverträge. Was auch bleibt, sind arbeitsvertragliche Grenzen für die Mehrarbeit. Insofern ist der Einzelne also Gott sei Dank nicht völlig schutzlos, sondern nur in wirklichen Notsituationen. Etwa bei der Krankenversorgung oder bei der Versorgung mit lebensnotwendigen Medikamenten oder mit Lebensmitteln, kann es tatsächlich zu einer solchen Situation überlanger Arbeitszeiten kommen. Man muss im Übrigen die 60-Stunden-Woche, die man praktiziert, innerhalb von 6 Monaten, wieder durch verkürzte Arbeitszeit reduzieren auf einen Durchschnitt von 48 Stunden. Auch das ist natürlich kein ganz besonders großer sozialer Fortschritt, aber es ist immerhin eine gewisse Beschränkung, die daher kommt, dass die EU-Richtlinie zur Arbeitszeit eine längere Arbeitszeit nicht zulassen würde. Also insgesamt hoffen wir mal, dass die Arbeitszeitverordnung dieser Art so gut wie nie zur Anwendung kommt, zumal ja auch die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats nicht beeinträchtigt sind.